Servus, willkommen zu einer neuen Gemüse-Sunde. Sehr effektiv auf meinem Kanal, das machen wir heute. Heute habe ich mir gedacht, wir bauen da Sachen fertig und tun die ersten Spikes aufbauen. Woher soll ich das anzeichnen und währenddessen gucken wir, dass das Eisen wieder ein bisschen mehr wird. Und die Akku beuten müssen wir jetzt. Ich habe hier die Decke fertig gebaut. Das schönste da hinten ist auch mal fertig geworden. So lassen wir. Es wird langsam. So. Hier ein Kupferregeier wird aufgebaut. Dann habe ich hier ein bisschen was geordnet. Und wir brauchen ein Kupferregeier. Hier muss ich noch Wärstück bauen. Für die Batterien. Ähm. So ein Elektro-Bregeier. Und dann werden wir noch Zeit finden in der Folge. Daumen nach einem Kupferregeier auf. Helfen. Bachen. Was bleibt. So oder was. So. Was ist jetzt ein. So. Und wir haben jetzt ein paar. Die Barsche machen wir ja auch. Hier haben wir ja auch schon viele. So. Die Barsche machen wir ja auch aufbauen. So. Ähm, das habe ich halt vor, dass wir das Wald so genau wie eine hohe Nacht machen, weil im Moment, dass ja eh eine Pause im Jahr war, dass es mir zwar auch so gut gefällt, aber ich habe sie halt mit der Garage gemacht und ich bin ja dafür, eine eigene Garage zu bauen, so wie das ja. Und ich glaube, das könnte ja passen. Das kommt da rein. Und hinten muss ich bauen hier noch. Ganz, ganz wichtig. Okay. Und hier brauchen wir noch halt zu rauben, wenn wir auch noch machen. Jetzt kommen die paar Sekunden, werden wir. Es hat mir auch überlegt, dass es aufstehen, weil wir versuchen nach ein, zwei Windrädern zu kriegen. Aber da können wir auch so machen, dass wir mit dem Lkw-Gott den Lkw abklappern und dann einsammeln. So. Ansonsten sieht unser Bruder dann heiß aus. Wenn der Hof geschossen ist, dann können wir auch auch mal auf eine Nacht in den Lkw gehen. Dazu muss man natürlich, ähm, unten in Sachen, äh, wo die ganzen hohe Räume sind. Ähm, sind da Lücken. Und die Dage und die Zombies durchgrabbeln, die würde ich fließen. So, dass halt nur außen. Der Betonflug herrscht. Und das gefällt mir zwar nicht so. Aber ich würde halt doch helfen, helfen. Die Basis ist anders machen. So. Das hätten wir. Jetzt können wir wieder kurz. Ähm, und dann müssen wir noch drei Bäume füllen. Ähm, und dann müssen wir noch drei Bäume füllen. 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 Okay. Ähm, naja. Und dann müssen wir noch drei Bäume füllen. Wir haben auch genug Platz, bei Urlaub Bruder. Er brach bei den Batterien. Irgendwie habe ich einen Freund in Kobach gewiesen. Hat mich auch gewundert immer mehr. So würde ich hier. Wenn man halt hier noch war, erwähnt in meinen Sätzen, soll ich hier auch eines passen. Weil ich rum, brauche ich bald mehr. So. So. Ne, sag ich noch gleich mal. So. So. Wir haben ehren. So. 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 die in diesen Säder ja doch gekannt so, jetzt aber wir müssen aber die Spikes auch gleich aufhärten so viel, dass wir landen haben, dass ich alles so gut dass man einfach dann in der Basis gemütlich spielen kann und ja nicht so viel denn das hat der Beste kommt und ja das ist 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 so auch zum Spikes bauen die Haseln auf Spikes so das ist 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 einsetzen, zwei, drei, vier. Ja, zwei, drei, vier. Ja, zwei, drei, vier. Ja, zwei, drei, vier. Ja, zwei, drei. 紅, trzy, vier. Oh, cool. Also sehr, sehr billig. Also nicht billig beim Aussehen, sondern ja schon. Ja, das ist ja auch so. 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 Ich denke auch, wir brauchen sehr, sehr viele Rentenmuts für die Scheibe in Polizien. Ja, das ist Plastik, weil, wenn wir den Elektro-Platz zu machen, dann wird das jetzt meine Form haben wir mehr Energie. Das heißt, Plastik, also ... 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